Hallo und willkommen zu einer neuen Runde QSK auf der map Nuketown. Und Nuketown ist so eine meiner Lieblingsmaps. Deshalb spiele ich die jetzt auch mal im Video, weil ich die eigentlich fast nie spiele, weil ich da immer entweder von hinten abgesnackt werde oder einfach abgeschoppt werde. Und ja, deshalb musste ich die einfach mal spielen in der Aufnahme. Okay, der ist auch tot und das darf geht. Ich gehe jetzt gleich nicht immer auf die Kinder drauf, weil ich einfach ein bisschen passieren will. Natürlich habe ich auch ein bisschen was anzusprechen und zwar geht es mir darum, welchen Schnittstil ihr denn lieber wollt. Und zwar wollt ihr das lieber mit der Musik oder wollt ihr lieber, dass ich einfach was zur Uncut mache und einfach manchmal ein paar Cuts reinmache, wo es sehr langweilig ist. Was ich ja sonst immer gemacht habe. Dann könnt ihr auch noch holen. So, dann haben wir auch. Und es gibt noch vier Spieler, dann können wir auch holen. Und den auch. Die Runde geht schon mal ziemlich ab. Fünf Kids ist ganz okay. Aber der tryharded ist ein bisschen. Aber es ist zwar natürlich klar, dass einer so tryharded. So, ein Spieler lebt noch, der ist understacked. Vielleicht können wir dann auch noch vorm dm holen. Das wäre nice. Mich würde es echt freuen, wenn ihr mal so eure Meinung in die Kommentare abgibt, was ihr lieber wollt. Entweder das mit der Musik oder das ohne Musik. Weil das ist ja jetzt im Moment, was jeder YouTuber benutzt. Jeder Kursky YouTuber. Das mit der Musik. So, dann sind wir mit dem dm. Auf der kleinen Map. Das ist gut. Kann er nicht schwitzen. Und dann haben wir ihn auch. Und da, Leute, würde ich sagen, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was ihr lieber wollt. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst eine Positätung da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann kommt es zum nächsten Mal.